Musik Jubiläum im Metallbaubetrieb Fritz Kreuzfeld in Templin. Seit nunmehr 25 Jahren ist der Familienbetrieb am Markt. Und seit einem Vierteljahrhundert wird auch ausgebildet. Auch wenn nicht jeder Geselle übernommen werden kann, bleibt die Ausbildung für den Firmenchef genauso wichtig wie zufriedene Kunden. Dass man eben Nachwuchs hat, dass man auch Leute versucht, wirklich qualifiziert auszubilden, handwerklich. Unter anderem Türe, Tore, Zäune und Treppen werden in der Templiner Werkstatt hergestellt. Selbst PKW-Anhänger und Bootstrailer werden produziert. Werkstattmeister ist Sohn Martin. Seit mittlerweile 17 Jahren hat er den Meisterbrief. Wenn mein Sohn, so weit ist nachher in 5, 6 Jahren, dann wird das wahrscheinlich mit meinem Sohn weitergehen. Mit treuen Kunden wird in diesem Jahr noch das 25. Firmenjubiläum gefeiert. Infos zum Betrieb gibt es im Internet unter metallbau-tritzkreuzfeld-templin.de